Jeder kennt es, jeder liebt es. Das Konrad-Zoom in Dornbirn. Legendäre Partys werden hier gefeiert. Viele namhafte Musiker sorgten bei unzähligen Konzerten für einzigartige Stimmung. Nun bekam der Club eine Rundum-Erneuerung. Und auch in Bezug auf das Programm wird für das neue Konrad-Zoom-Zeitalter einiges versprochen. Wir haben eigentlich das Ambiente, die Architektur, den Style des Clubs erhalten. Alles andere wurde neu gemacht. Es gibt neue Toiletten, es gibt einen Backstage-Bereich, neue Tonanlage, Lichtanlage, neue Bühne. Die Gastronomie wurde auf den neuersten Stand gebracht. Decke, Boden. Tja, aber optisch natürlich immer noch das Konrad-Zoom. So soll es auch bleiben. Na ja, Mohrenbrauerei für mich natürlich. Ich mache das 20 Jahre, arbeite ich schon mit der Mohrenbrauerei und der Familie Huber zusammen. Und da gibt es nicht mehr viel zu sagen. War mir auch sehr wichtig, dass das so bleibt und so ist. Never change a winning team. Amen.